Wutpilger Streifzüge Ich hörte Sagen Fragmente aus Politik und Kultur Der fragmentierte Körper, der Körperpanzer, der innere Schlamm, Männlichkeit und Gewalt, der Hass auf die Frauen, die Vergewaltigung. Dies alles sind Stichworte eines Buches, das vor über 40 Jahren erschienen ist. Im Jahr 1977 veröffentlichte Klaus Teweleit den ersten Band seines Buches Männerfantasien. Untertitel Frauen, Fluten, Körper, Geschichte Im Jahr 1978 folgte der zweite Band von Männerfantasien. Hier der Untertitel Männerkörper zur Psychoanalyse des weißen Terrors. In diesem Buch analysiert Teweleit die Literatur der Freikorpssoldaten, die nach dem Ersten Weltkrieg zur Niederschlagung von Arbeiteraufständen eingesetzt wurden. Es handelt sich um ein Milieu von Männern, die im Kaiserreich sozialisiert wurden, deren Lebensweg entscheidend von der Erfahrung des Krieges geprägt wurde und die nach dem Ersten Weltkrieg keinen Weg in das zivile Leben zurückfanden. Ein bestimmter Bezug auf soldatische Männlichkeit und Frauenhass sind entscheidende Motive dieses Milieus. Klaus Teweleit analysiert die Äußerungen dieses Milieus auch im Hinblick auf die Vorgeschichte des Nationalsozialismus. Im Jahr 2019 hat der Verlag Mattes und Seitz eine Neuauflage von Männerfantasien veröffentlicht. Aus diesem Anlass war Klaus Teweleit am 3. Dezember 2019 in der Berliner Volksbühne zu Gast. In dieser Sendung hört ihr den Mitschnitt des damaligen Gesprächs mit Klaus Teweleit. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wutpilger Streifzüge Klaus Teweleit wurde 1942 in Ebenrode im damaligen Ostpreußen geboren. Er wuchs auf in Schleswig-Holstein und studierte Germanistik und Anglistik in Kiel und Freiburg. In Freiburg wurde Teweleit Mitglied des SDS und beteiligte sich an den Aktivitäten der außerparlamentarischen Opposition. Sein späteres Buch Männerfantasien basiert auf seiner Dissertation mit dem Titel Freikorps Literatur vom deutschen Nachkrieg 1918 bis 1923, mit der er 1976 promovierte. Heute ist Teweleit als Literaturwissenschaftler, Kulturtheoretiker und Schriftsteller bekannt. Er arbeitet an einer Psychoanalyse der Gewalt und setzt sich mit der Geschichte des Kolonialismus auseinander. Am 3. Dezember 2019 war Teweleit in der Berliner Volksbühne zu Gast, um erneut über sein Buch Männerfantasien zu sprechen. Radio Korax hat diese Veranstaltung mitgeschnitten. Das Gespräch mit Teweleit führte Margarita Zumu. Sie ist Kultur- und Theaterwissenschaftlerin, Dramaturgin, Kuratorin, Tänzerin, Performancekünstlerin und Aktivistin. Sie ist Mitherausgeberin des Missy-Magazins und Professorin für zeitgenössische Theaterpraxis an der Hochschule Osnabrück. Am Freien Theater Hebbel am Ufer in Berlin ist sie Kuratorin für Theorie und Diskurs. Margarita Zumu hat am 3. Dezember 2019 in ihrer Anmoderation darauf hingewiesen, dass das Buch Männerfantasien mehrere theoretische Einflüsse verarbeitet. Teweleit bezieht sich auf den Begriff der Wunschproduktion von Deleuze, auf die Körperanalysen von Foucault und auf die Psychoanalyse, unter anderem die Kinderpsychologie von Melanie Klein. Als weiterer wichtiger Einfluss wurde die Massenpsychologie des Faschismus von Wilhelm Reich genannt. Margarita Zumu hat Klaus Teweleit zu Beginn des Gesprächs gefragt, warum es für ihn damals wichtig gewesen ist, mit diesen theoretischen Bezügen eine Analyse des Faschismus anzustrengen. Schönen guten Abend und danke auch erstmal für die Einladung hier ans Haus und dass du dich bereit erklärt hast, das Gespräch zu machen. Ich weiß nicht, warum das wichtig war. Das war für mich wichtig, aus bestimmten Gründen, die damit zu tun hatten, jetzt primär mal. Es gab wenig Literatur, wenig Untersuchungen, es gab Romane, es gab Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden, aber es gab wenig Beschreibungen dessen, was tatsächlich in den 20er, 30er Jahren, 40ern passiert war, dass diese Sorte Faschismus, der dann in Deutschland herrschte, diese Sorte Macht bekommen konnte. Und diese Kraft sozusagen ganz Europa zu überrollen und in die Tasche oder in Gräber zu stecken. Um es genauer zu sagen, der Hintergrund davon war, also ich bin 1967 nach der Ermordung von Benno Ohnesorg, die ja hier nicht weit weg von hier stattfand, in den SDS eingetreten in Freiburg und dann daraus ergab sich, drei bis vier Jahre habe ich fast nichts anderes gemacht, als was man heute Aktivist nennt, eine politische Arbeit im STS. Und wir haben uns nicht direkt mit dem Dritten Reich auseinandergesetzt, es ging um Unisachen, wir wollten die Unirevolutionären, antikolonialer Kampf und diese Sachen standen im Vordergrund, aber im Hintergrund bei allen war diese Geschichte, was haben unsere Eltern im Dritten Reich mit den Juden gemacht. Und mir war im Verlauf der eigenen Entwicklung klar geworden, also meine Eltern waren, mein Vater war Eisenbahner, Waldbahnhof und Ostpreußen, keins der südlichen Gebiete, wo die Transporte nach Auschwitz und so weiter durchgingen. Damit hatte er direkt nichts zu tun, aber Antisemiten waren die beide. Er war ein cholerischer Typ, der die Kinder prügelte, um was aus ihnen zu machen und beide mit großem Zittern immer, wenn es auf Sexualität zu sprechen kam, Tabu, nichts sollte nichts sein, schlepp mir bloß kein Kind an und das war die sogenannte Aufklärung. Ich war selbst ein relativ aufbrausender Typ, ich habe gesehen, wie meine älteren Geschwister geprügelt wurden, habe versucht dem Auszuweichen gelernt, wie man dem ausweicht, man musste gute Noten in der Schule haben, sonst kriegte man gleich was und solche Sachen. Man hat was davon im eigenen Körper. Der Alte wollte gern, dass ich Offizier werde, als die Bundeswehr wieder zugelassen war, das wollte ich nun wirklich nicht. Und was war das mit einem selber? Also das war nicht nur jetzt eine Faschismus-Theorie machen, sondern kapieren, was das für eine Generation war, die einen großgezogen hat, sich um einen gekümmert, sich um die sechs Kinder gekümmert, keine eigenen Ansprüche gestellt, nie Urlaub, man sollte was werden, aber wenn irgendwas nicht lief, reingeschlagen und die Nazis verteidigt. Und bei den Juden, als ich 14 war, damit konfrontiert habe, was passiert, dann sagten sie ja, 6 Millionen, das war ja ein bisschen zu viel. Die hätten ja weggehen können, die hätten ja weggehen sollen. Weg sollten sie, das war für sie keine Frage. Das war ein bisschen viel, aber überhaupt keine Emotionen, total kalt. Aber wenn jemand erzählte, dass in Russland deutsche Lanzer von Partisanen erschossen wurden, dann fing er an zu heulen. Da war die Emotion. Und das führte dazu, dass man, als man älter wurde, etwas und ein bisschen klarer im Kopf durch andere kulturelle Einflüsse, und das war Amerika, das war Jazz und Rock'n'Roll und Kino, dass man feststellte, also ich stellte das jedenfalls fest, ich lebe unter Manifestverrückten, die uns da großziehen. Und das spielte immer eine Rolle in der ganzen Auseinandersetzung mit dieser Geschichte. Gut, dann kamen wir im Lauf des SDS selber in eine politische Situation, wo nach den Notstandsgesetzen Verabschiedungen es für viele nicht unwahrscheinlich schien, wir würden selber mal in ein KZ gesteckt von den herrschenden CSU-Lern, CDU und so weiter. So ein bisschen eine Versicherung dagegen bei Herbert Wehner, wo wir dachten, solange es dem gibt, passiert das nicht. Der kennt das, obwohl er auch nicht gerade in Werden-Linker war. Aber egal, das war ein bisschen eine Sicherheit. Aber man war an diesem Punkt. Und dann fiel der SDS 70, 71 in sich zusammen. Ich sage erst mal kurz aus politischer Überforderung und inneren Konflikten und all sowas. Und man stand da, ich konnte nicht mehr Lehrer werden mit meiner Verfassungsschutzakte. Also habe ich da das Studium aufgehört, unterbrochen, habe drei Jahre Radio gemacht, Journalismus. Dann wollten meine Frau und ich ein Kind haben. Sie fingen an, als Kinderpsychologin klinisch zu arbeiten in der Uniklinik Freiburg Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ich hatte die Möglichkeit, an diesen Sachen hier zu arbeiten über ein Stipendium, wo ich einen Antrag gestellt habe. Und da haben wir gesagt, gut, du machst die Arbeit in der Klinik weiter halbtags. Ich schreibe an der Arbeit halbtags und bin mit dem Kind zu Hause. Und das alles geht in dieses Schreiben erst mal primär ein. Wir wissen, was mit den Alten los war. Klärung der eigenen politischen Situation. Und der Stoff, den ich über einen Freund, Erhard Lukas, Historiker hatte, der über die deutsche Revolution 1919 gearbeitet hat und dann über die Märzrevolution 1920 im Ruhrgebiet, der hatte das alles sehr durchgeackert und hatte dann diese ganzen Taten dieser Freikorpsleute vor sich. Warum werden da Arbeiterfrauen mit einem Gummischlauch geprügelt, bis sie in blutiger Klumpen sind und ähnliche Dinge. Und er sagte, ich komme damit nicht klar als Historiker. Ich weiß nicht, warum die das machen. Und da wir uns aus dem SDS kannten, wusste meine Frau, Psychoanalyseausbildung, die sie dann später gemacht hat. Ich hatte auch mit Freud immer zu tun, aber wilde Psychoanalyse, also Kneipendiskussionen bis nachts um drei sind ja auch analytisch. Hat er uns gefragt, ob wir das mal angucken würden. Und daraus haben wir ein Konzept gemacht und hat gesagt, gut, mach das. Es sollte ein Kapitel werden für sein Buch. Dann wurde es aber immer mehr. Und jetzt auch, um die Frage, deine direkte aufzunehmen, wie das dazu kam. Ich las diese Texte von diesen Freikorpsleuten und sagte, ich kann nicht über die schreiben, ehe ich mehr weiß. Also her mit den Kampfberichten, Tagebuchaufzeichnungen, Biografien, davon gab es eine ganze Menge. Und stellte fest, mit dem, was es an sogenannter Faschismustheorie gibt, kann man nichts anfangen. Man kann, was in den meisten Büchern stand, also Thyssen, die Großindustrie, kauft Hitler und daraus entstehen die Institutionen und die ISA wird entmachtet, weil die Wehrmacht etc. Alles Sachen, die stimmen. Aber damit war kein bisschen beschrieben, warum diese Leute so agieren. Woher die lustvolle Schilderung an Morden, insbesondere gegenüber Frauen. Diese Lust an Körperzerfetzung. Und gut, das wollte ich mit dem anderen, was ich eben genannt habe, zusammen rauskriegen. Und daraus ergab sich ganz automatisch eine andere Form von Beschreibung, die ich dann erst entwickeln musste. Ja, darüber können wir auch reden. Ich finde interessant, dass du das so biografisch einleitest, dass wir sozusagen die Genese des Buches ja sehr privat auch erklärst. Was für mich von hier aus ein Zeichen ist, das war ja die Zeit auch, wo das Private politisch wurde, wo der Feminismus sich ausgebreitet hat. Du redest auch davon, dass ihr Post-SDSler gewesen seid. Also das Erste, was ihr gemacht habt, ist ein Kino zu gründen, eine Band zu gründen. Und eben, ich glaube, in dieser Zusammenkunft kommt eben dieses Werk zustande, was ja auch nicht normal geschrieben ist. Also es ist ein sehr montiertes Buch, was eben auch mit einer Ich-Form arbeitet, aber eben auch sehr assoziativ arbeitet. Sehr methodisch ist, aber nicht in dieser akademischen Form, wie wir es haben. Und du sagst, es hat versucht, diese Schreibweise versucht, auch eben einen anderen Körperzustand eigentlich zum Ausdruck zu geben, weil du eben den Körperzustand dieses wissenschaftlich-akademischen Disziplinierung und wir werden auch über die Wissenschaft und Körpersprechen nicht wiederholen wolltest. Und da reden und sozusagen die Form des Schreibens und der Inhalt selbst sollte irgendwie zusammenkommen. Und du hast vorhin auch gesagt, dein Vater hat geschlagen, dein Vater hatte keine Emotionen und du hast diesen Körper herausgearbeitet, der auch der Körper deines Vaters sein könnte. Du hast von diesem Fragmentkörper, vom sogenannten Fragmentkörper gesprochen, zentral im Buch, angelehnt an den Begriff von Margarete Mahler für das psychotische Kind. Und du sagst eigentlich, es gibt eine Äquivalenz zwischen dem soldatischen Mann, dem Freikorps, und dem psychischen Zustand des psychotischen Kindes. Das psychotische Kind, das in der Frühphase Aggressivität erfahren hat, und zwar in der Phase, wo es versucht, sich als anderes vom Mutterleib zu verstehen, also die Körpergrenzen fest zu entwickeln, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und die Aggressivität, die es erfährt von außen, von Vater oder auch Mutter, die Gewalt, die es erfährt von außen, hat ein Trauma und eine Nichtverarbeitung als Ergebnis. Und das führt dazu, dass es eben sein Verhältnis zu den äußeren Körpergrenzen nie schafft zu entwickeln. Ich mache das jetzt alles sehr kurz. Und das führt dazu, dass es sozusagen sich nie wirklich zu Ende, es ist nie wirklich zu Ende geboren und alles, was von außen kommt, wird erstmal als Gefahr wahrgenommen. Also das Kind entwickelt eine Grundangst für alles, was von außen kommt und entwickelt einen Körperpanzer, einen sogenannten Körperpanzer und auch Gewalttätigkeit, Lust an der Gewalt, um sich zu wehren gegen alles, was von außen kommt. Und meine Frage ist jetzt, vielleicht kannst du erklären, warum diese Art von Körperlichkeit so anfällig war für eine faschistische Begehrensweise. Weil das eine ist sozusagen in dieser Wehrsituation zu sein, das andere ist, so eine Lust zu entwickeln für Gewalt. Ja gut, das war eine ganze Menge. Was du, ich versuche das an gewissen Hasenpunkt zu nehmen. Ich fange mal an mit dem ersten Stichwort, also eine Montage, dass das Buch in einer bestimmten Weise jetzt nicht einer strikten Argumentation folgt, wie er meistens so läuft bei wissenschaftlichen oder sogenannten wissenschaftlichen Arbeiten, dass man Ergebnis, man mehr oder weniger vorgefasst hat im Kopf und versucht dann den Text so einzurichten, dass man das sozusagen belegen oder beweisen kann. Also dass der Text, den man dann schreibt, eigentlich nichts mehr entdeckt. Während das, was ich da geschrieben habe, was da alles drin steht, habe ich tatsächlich das meiste davon im Lauf des Schreibens entdeckt. Was mir aber vorher klar war, und das ging aus der Arbeit in der Uni hervor und aus der Kritik der Germanistik, die wir da gemacht hatten, ich habe Germanistik und Anglistik und im Nebenfach Musikwissenschaft studiert, diese Sorte von Schreibe, also vom ersten Tag des Studiums an. Man ging in ein Seminar und kriegte diese Sekundärtexte vorgesetzt, Benno von Wies und Ähnliches, und das fanden wir scheiße. Wir wollten den Kram nie lesen, ich habe auch nie so eine Arbeit geschrieben oder so und man merkte, die Professoren haben von dem, was man selber schon gelesen hatte, von Henry Miller bis zu den französischen Absurden und so weiter hatten die keine Ahnung. Also dieser Zustand, sich den Professoren überlegen fühlen, war vom ersten Tag in der Uni oder vom ersten Seminar an da. Nicht nur bei mir, ganze Gruppe von Leuten, die ja in Kneipen rumhingen und ganz was anderes im Kopf hatten und vor allen Dingen Kino im Körper hatten, wovon die natürlich auch keine Ahnung hatten und von Comics hatten sie auch keine Ahnung. Da meckerten sie ein bisschen rum auf Smalltalk oder so und dachten, das sind Argumente. Es war peinlich, diese Generation von Professoren bis auf wenige Ausnahmen war super peinlich in ihrer Ahnungslosigkeit. Und Kino geht ja anders. Du hast jetzt die Franzosen erwähnt, Deleuze und Guattari, mit denen kam ich erst wirklich in Berührung, als ich die Arbeit so halb geschrieben hatte, die im zweiten Band dann eine große Rolle spielen. Vorher der Körper aber spielte natürlich eine Rolle und zwar aus der, wie würde man das heute nennen, Diskurs, das Wort gab es noch nicht, das Schreiben in der Filmkritik, die in München erschien, von Frieda Grafe und Enno Patalas rausgegeben. Das war die Zeit, wo diese Franzosen zuerst auftauchten. Nicht nur Lacan, verschiedene Sorten, Frieda Grafe las besonders immer Franzosen. Nicht umsonst steht vorne in Männerfantasien ein Zitat von ihr als eine Einleitung. Weiter hinten im Text ein Satz, wo sie sagt, der Körper inkarniert Ideen, aus ihm ergeben sie sich. Nicht umgekehrt, das war genau diese umgekehrte Geschichte, dessen, was man in der Uni lernte, nämlich die Sachen kommen aus dem Kopf und man hat bestimmte Gedanken im Hirn und das Gehirn bestimmt das alles und man schreibt das dann von da runter, das kehrt das genau um. Und das an spracheigenen Wahrnehmungen. Und die eigenen Wahrnehmungen bekommt man, wenn man Musik macht, wenn man tanzt, wenn man mit jemandem zusammenlebt, mit Leuten zusammenlebt, merkt man im Lauf der Jahre, dass wenn man sich verändert, und alle wollten sich verändern, alle hatten mehr oder weniger diese faschistische Generation im Nacken oder diese merkwürdige Situation in der BRD, wo niemand darüber redete. Unsere Eltern haben ja nicht über ihre faschistische Zeit geredet. Das mussten wir anders rauskriegen. Untereinander. Das war so, dass das Sprechen und ganze Denken ging nur auf gleichaltiger Schiene. Ich habe mit 14, 15 Sprechen mit Erwachsenen eingestellt. Nicht nur mit den Eltern, weil es nur Krach gab. Ich ging auch mit anderen. Und ich glaube, das ging zehn Jahre. Ich habe freiwillig erst wieder mit 25 mit einem Erwachsenen geredet, sonst nur gezwungen, wenn man musste, mit einem Lehrer arbeiten und sonst was, aber nicht in irgendeinem Austausch. Das ging nur mit Gleichaltrigen. Und da merkt man, wenn man in so Gruppen lebt und in Beziehungen lebt, manche Leute reden immer dasselbe Zeug, manche verändern sich, manche reden was anderes, von manchen lernt man. Ich habe zum Beispiel mit 16 Gitarre gelernt und immer weiter nie Unterricht gehabt, aber immer mit Leuten zu tun gehabt, die mir was beigebracht haben. Den nächsten Schritt da in eine bestimmte Jazz-Geschichte rein, in eine andere musikalische Geschichte rein. So war das Reden untereinander. Manche bleiben stehen. Der verändert sich überhaupt nicht, da passiert gar nichts und andere verändern sich, da passiert was und das waren körperliche Veränderungen. Das waren Veränderungen, die man machte durch Berührungen mit anderen, mit Reden, mit Umarmung, auch mit Streit, mit allem möglichen Krach, Eindringen in den anderen, die waren ziemlich grob auf der Ebene, nicht rücksichtsvoll oder so, sondern den anderen umgrabend und man ließ sich auch umgraben und es war absolut klar, niemand verändert sich ohne körperliche Veränderungen. Inzwischen kann ich das besser theoretisieren. Die Körperzellen verändern sich tatsächlich durch bestimmte Musik und durch Beziehungen und durch Berührungen. Das ist nicht eine Idee. Das ist tatsächlich die Veränderung und heute kann ich mich beziehen auf Leute wie Antonio D'Amejo, die das von neurobiologischer Seite her unterstreichen und sagen, alles, was an einen rankommt, trifft erstmal auf den Körper. Der Körper speichert das, die Muskularität speichert das und sendet das an das Gehirn. Und das Gehirn, das ist sein Wort Mapping, das Gehirn kartografiert diese Reize und bildet sich danach aus, was der Körper aufgenommen, was der Körper erfahren hat. Und diese, ohne dass ich das damals theoretisieren konnte, diese Wahrnehmung war aber da. Es geht über Körperlichkeit und nicht über Geist und Veränderung im Denken oder irgendwie sowas. Und das genauer, das ist der zweite Teil deiner Frage, der Fragmentkörper, wo kommt der rein? Da wäre ich von mir aus nicht drauf gestoßen. Natürlich hatte ich zuerst versucht, das, was da an Gewalttaten vorliegt, bei den Leuten, mit Feuche, mit Begrifflichkeit zu beschreiben. Analsadismus und was da auftaucht und ähnliche Sachen und es ging nicht. Und dann hatte ich all diese Äußerungen von denen gesammelt, wo immer von Schlamm und Schleim und Brein und Matsch und Körperzermatschung die Rede war und ähnlichen Dingen. und ich sah diese Lust, die da auftaucht bei denen, dass sie ihren Körper, den sie als unvollständig und brüchig empfinden, zusammenfügen durch Gewaltakte. Vorläufer Drill, militärische Drill, der ihnen sowas wie eine Körperganzheit verpasste und fast die einzigen lustvollen Situationen in diesen Texten, immer Zerstörung anderer. Und als ich das so weit gesammelt hatte und meine Frau hat die Sachen gelesen immer, oft beklagt sich heute noch manchmal, dass sie das ganze Monika Teweleit, sehr wichtig für dieses Buch, Zeugen lesen musste. Hat sie aber gemacht und hat dann irgendwann gesagt, ja guck mal hier, was wir gerade in der Klinik lesen, das war schon 75, Buch von Margret Mahler, Symbiose und Individuation und da beschreibt sie ihre Therapie und entwickelt bestimmte Theorien draus mit Adolescenten, Patienten und sagt, was sie da beschreibt, die Gewaltausbrüche dieser gestörten Kinder, die zu einer Gefühl in der Körperganzheit nicht kommen können, außer durch Gewaltausbrüche. Sagen sie, das ähnelt doch womöglich dem, was du da an deinen Soldaten beschreibst. Guck das doch mal an. Und dann habe ich mir das angeguckt und tatsächlich so viel überraschend viele Parallelen entdeckt, wo das tatsächlich ging. Also wie beschrieben wird der Gewaltakt eines sogenannten psychotischen Patienten, wenn so und so und so Gläserflaschen auf dem Tisch standen bei der vorherigen Sitzung mit der Therapeutin und da standen ich genau wieder so da und es gab den geringsten Konflikt und flippten die aus. Alles vom Tisch oder an die Wand oder mit dem Kopf gegen die Wand rennen, Selbstverletzung, solche Dinge. Das habe ich später bei diesen Soldaten beschrieben als die Wahrnehmung leerer Platz. Sie schießen in der Demonstration, alles spritzt auseinander, die Bedrohung ist weg, vielleicht liegen ein paar Leichen da, ein paar erschossene Arbeiter oder Frauen, aber sonst leer. Nichts mehr, was von außen eindeckt, nichts mehr, was sie bedroht und dann brechen sie in Gelächter aus, in zwanghaftes, wahnwitziges Gelächter und fühlen sich in dem Moment heil und mächtig. Und bei Margit Mahler taucht dann für diese Patienten der Begriff Fragmentkörper auf. Und mit dem, was du eben beschrieben hast, negativ behandelt, als Kind, in welcher Form immer, meistens Prügel und vieles mehr, keine genügende Besetzung Libidinöse der Körpergrenzen, der Außenhaut. Das heißt, diese Menschen wissen nicht, wo sie übergehen ins Äußere. Das Äußere dringt in sie ein und schützen sich. Das unterscheidet sie denn von den sogenannten psychotischen Patienten, die leiden und sind krank. Sie kommen über ihren Körperpanzer, werden sie sozusagen realitätstüchtig. Wilhelm Reich, der Begriff, eine Panzer, den ich übernommen habe. Sie werden so mächtig, dass sie nicht einfach zusammenbrechen, sondern ihre Zusammenbrüche mit Gewalt gegen andere bekämpfen und daraus Herrschaftsansprüche machen. Herr Rasse, wir sind die Herrscher über Europa. Insofern, also ohne die Kinderpsychoanalyse wäre ich auf diesen Begriff Fragmentkörper, der dann bei mir zentral geworden ist, nicht gestoßen. Ich finde es sehr wichtig, in diesem Zusammenhang, es ist sehr einleuchtend und auch sehr verständlich und durch das Buch liest sich das immer wieder drin, dieses Bild vom Körperpanzer und es macht auch total Sinn. Ich fände es als Feministin in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen, dass natürlich nicht jede verletzte Männlichkeit gleich quasi die Entschuldigung oder die Erklärung dafür bietet, so viel Lust an der Gewalt oder so viel Gewalt auszuüben. Und ich finde es gut, dass du schon mal vom Körper, also von der Zentralität des Körpers gesprochen hast. Im Feminismus ist das ja auch zentral, dass wir sagen, der Körper ist Träger von allem und der Körper ist nicht nur materiell, er ist auch affektiv, er ist diskursiv, er ist theoretisiert und natürlich der Körper ist da, wo Geschlecht stattfindet. Körper ist da, wo, also so Geschlecht, Weiblichkeit wie Männlichkeit ist eben nicht angeboren, auch diese Babys, die so behandelt worden sind, sind nicht als Männer oder als Frauen unbedingt, sondern wurden dahin gemacht und wir verstehen natürlich Männlichkeit und Weiblichkeit, Geschlecht als eine Kulturtechnik des Körpers, als eine sozial und kulturelle Konstruktion, die sich wiederholt ohne Performativität, also ich wiederhole die körperlichen Codes von dem, was männlich oder weiblich gilt, immer wieder und damit habe ich sie auch habituell sozusagen verkörpert und das ist, Geschlecht ist somit so eine Art Kulturtechnik und Maskulinität ist so eine Art Kulturtechnik und ich würde mal behaupten, dass eben auch die gewalttätige Maskulinität und ich will eigentlich darauf hinaus, dass ich glaube, dass sozusagen die Maskulinität der Moderne von vornherein gewalttätig ist, denen wurde das auch beigebracht. Dir muss hier schon jemand beibringen, dass du jemanden schlagen darfst, dass du Frauen schlagen darfst, dass du Frauen vergewaltigen kannst, dass du das auch sollst, um dich durchzusetzen, sonst bist du nicht Mann genug. Ich finde es wichtig, das hervorzurufen, sonst neigt man auch dazu zu sagen, ja die sind alle schlecht behandelt worden in ihrer Kindheit und kein Wunder, dass sie jetzt sozusagen das auf eine Art so naturalistisch einen Umkehrschluss haben. Ja, es ist eine Kulturtechnik, es ist eine politische Kulturtechnik und das, was du auch zum Körper gesagt hast, finde ich deswegen interessant, weil natürlich wir sehr daran gewöhnt sind, Körperlichkeit in der weiblichen Sphäre zu diskutieren und das war in dem Moment natürlich die totale Ausnahme, dieses Buch, dass es Körperlichkeit und Männlichkeit diskutiert hat. Körperlichkeit immer als weiblich assoziiert, Männlichkeit mit Geist und Vernunft, so eine Art transzendental, dem Körper transzendente Parameter gedacht und ich finde es total schön, wie du im Buch, und da will ich eben auf diese Maskulinität der Moderne hinaus, wie du in dem Buch die Genealogie beschreibst, wie eben dieser Körper der Moderne entstanden ist im 15. Jahrhundert in der Neuzeit, da gehst du mit Elias, der Prozess der Zivilisation, Zivilisation, Anführungsstriche, und dieses zivilisierte Ich wird herausgebildet über ein Körperverständnis, was a, der Körper musste entwertet werden, weil der Körper ist das Irrationale, der Körper ist das, was a, nicht beherrscht werden kann, ich kann mit meinem Körper nicht Herr werden, der Körper ist verderblich, sexuell anzuregen, der Körper ist aber auch vergänglich, gebrächlich, also schwach, also alles, ja, Charakteristika, die man nicht gerne in diesen modernen Körper sieht, wo der soldatische Mann da drauf fußt, und dann der Körper aber, der jetzt der neue Mensch war, und es ist ganz schön in dem Buch, du sagst, dieser neue Mensch wurde, dieser neue Bürger, das bürgerliche Ich wurde ganz lange analysiert, aber ganz lange hat man vergessen zu sagen, dass dieses bürgerliche Ich und dieser bürgerliche Mensch vor allem der bürgerliche Mann war, ja, also dass es da um die Beschreibung des männlichen Körpers ging, aber man ist ja sozusagen genderblind und denkt, das ist der menschliche Körper, und dieser Körper musste entgrenzt werden im 15. Jahrhundert, wir haben Übergang von Feudal zum Kapitalismus, der Anfang, und da gehen die Kolonisatoren in die Welt hinaus, entgrenzen sich in der Welt und sozusagen, sie mussten, um sich zu entgrenzen in der Welt, so wie gepanzerte Schiffe, eine Kolonialisierung des Körpers durchführen, Kolonialisierung, eine Mäßigung des Selbst, eine Disziplinierung des Körpers, auch dann mit der Medizin, auch eine Objektivierung des Körpers und dass diese Bewegung natürlich auch zwei sehr wichtige doppelte Bewegungen mit sich brachte, zum einen die Kolonialisierung und Unterwerfung des Körpers, des kolonialen Subjekts und die zweite Seite, die Unterwerfung der Frau, die Unterwerfung des weiblichen Körpers und du sagst, das sind zwei Seiten der gleichen Unterwerfung, also Kolonialismus und Patriarchat, das kommt zusammen auf, da werden diese Weiblichkeiten und Maskulinitäten entworfen, da wird die binäre Geschlechterordnung überhaupt entworfen und ich musste da sehr an Kalibarn und die Hexe von Silvia Federici denken und ich dachte, mein Gott, ein Gespräch zwischen Silvia Federici und dir ist eigentlich mal an der Zeit, würde ich gerne sehen oder moderieren und Silvia Federici, die genau das erzählt, Kalibarn und die Hexe, das koloniale Subjekt und die Hexe als die Verfolgende in dieser Zeit und sie beschreibt und ich finde es so wahnsinnig beeindruckend, wie sie beschreibt, den ersten großen Kenozid, Massenmord an Frauen in der Geschichte im 15. Jahrhundert, die Hexenverfolgung, sie fragt sich, warum mussten eigentlich so viele Frauen sterben und natürlich waren das alles Frauen, die eben nicht zu unterwerfen oder nur schwer zu unterwerfen waren in diese binäre Geschlechterordnung, sie sagt, des Kapitalismus. Also sozusagen die Hebammen, die Reproduktionsautonomie hatten, wussten, wie man Abtreibung macht, wussten, wie man selbst gebärt, die Heretikerinnen, die nicht die christliche Religion hatten, die alleinstehenden Frauen, die Sexarbeiterinnen, die Lesben, alles diese Frauen, die in einem Scheiterhaufen gelandet sind, weil sie eben, sagt Federici, in dieser binären Geschlechterordnung nicht sofort hörig waren und diese binäre Geschlechterordnung ist im Kapitalismus natürlich, wie wir ihn kennen, eine, die über die Ehe vermittelt ist. Zentrales Instrument für die Entstehung der binären Geschlechterordnung ist die Ehe. Sie vermittelt nämlich genau diese Unterwerfung in a, Frau, kostenlose Reproduktionsarbeit, auch Entwertung dieser Arbeit, b, Erbrecht, ganz wichtig, ja, um Kapitalerkommunulation zurückverfolgen zu können ins Eigentumsverhältnis und dann demografische Planung, ja, man muss quasi die Nation planen. Und nach Federici könnte man jetzt die These aufstellen, dass die Herausbildung, ja, dieses bürgerlichen Subjekts und die Weiblichkeit in diesem bürgerlichen Subjekt von vornherein und die Männlichkeit entsprechend von vornherein systematisch und strukturell gewalttätig war. Sozusagen man kann die Herausbildung der Geschlechter, wie wir sie heute kennen, in der binären Ordnung, nicht verstehen, wenn man nicht versteht, dass das von vornherein ein hochgewalttätiger Akt war. Das ist mit Federici zu formulieren und könnte man mit Klaus Teweleit formulieren, dass die Herausbildung der Maskulinität in der Moderne von vornherein eine gewalttätige Maskulinität ist. Von vornherein eine gewalttätige Maskulinität, die auch das sein muss, um sozusagen sowohl das koloniale Subjekt als auch die Frau zu unterwerfen. Wenn man das versteht, für mich ist es sehr wichtig, das zu verstehen, weil wir ja noch viel weiter noch die Frage von Männlichkeit und Weiblichkeit und dass es kein Kulturfehler ist, dass Männlichkeit gewalttätig ist oder Männer gewalttätig sind, sondern dass es eben eingeschrieben ist in der Art und Weise, wie Patriarchat und Kapitalismus entstanden sind. Ja, ich fürchte, es ist noch schlimmer, als was Frau Friderici sagt. Ich kenne das noch nicht. All diese Stichworte, Familie, Erbschaft, Aufteilung von Tätigkeiten zwischen Männern und Frauen etc., das ist ja keine Sache, die um 1500 oder 1300 mit Hexenverfolgung beginnt. Das beginnt ungefähr 12.000 Jahre früher, in Anführungszeichen unserer Kultur. Nämlich ab dem Punkt der Sesshaftwerdung im sogenannten, hier sagen wir, türkischen Halbmond, also Irak, Syrien, Türkei, dieser Teil, wo der nach der letzten Eiszeit einer der fruchtbarsten Teile der Erde war. Dort lassen sich zuerst Sammler, Jäger nieder, weil sie denken, sie können von dem, was der Ort abwirft, leben. Also lernen, Getreide züchten, machen Haustier, Domestikation und all diese Sachen. Ab da, wo es Besitz gibt, vorher musste es keinen Erbgedanken geben, Sammler und Jäger brauchen nichts vererben. Die ziehen rum und schlagen hier auf und da auf und so weiter. War auch relativ egal, wer der Vater der Kinder war. In dem rumziehenden 200 Leute klären, 50 bis 200, sagt man heute, waren das etwa. Das spielte keine Rolle, das spielt erst ab da eine Rolle. Und ab da gibt es auch genau diese Aufteilung. Ab da gibt es Befestigungen. Es werden Dörfer gemacht, es gibt Befestigungen drumherum. Es gibt Außeneandersetzungen mit anderen. Wer übernimmt die Waffengeschichten? Das machen Männer. Diese Teilung, erst ganz grob gesagt, seit diesen 10, 12.000 Jahren läuft so, dass fast alle außengerichteten motorischen Aktivitäten einschließlich des Kämpfens auf Pferden etc., obwohl Frauen genauso gut reiten können, in einen Männer übergehen. Und das ums Haus rum, ob es die Textilsachen sind, der Anbau, Umgang mit Kindern etc., in Frauenhände zwangsweise gerät. Ob immer zwangsweise, muss man gar nicht entscheiden. Faktisch ist es so, dass das so passiert. Und also diese, was wir auch, also heute Abend um was 1500, durch Kolonialismus, komme ich gleich noch drauf, eine besondere, neue Form erfährt. Das ist von Anfang an die Grundlage unserer Kultur. Und die ist kolonialistisch vom ersten Moment an, weil das Leute sind, die einwandern. Ich habe das später im Buch der Königstöchter ausgebaut, das fängt an mit dem Satz, am Anfang war Einwanderung. Und das gilt da und es gilt 2000 vor unserer Zeit, als das alte Griechenland entsteht, das immer so gerne als Grundlage unserer Kultur bezeichnet wird. Das sind Leute, die einwandern aus dem indogermanischen Raum oder indoeuropäischen, indoeurasiatischen, wie man es nennen will. Germanisch muss nicht drin vorkommen. Die Griechen gibt es ja nicht bis da. Die entstehen ja erst dadurch auf dem Peloponnes, durch diese Einwanderung. Und die Erzählung, die sie davon machen, das habe ich im Buch der Königstöchter beschrieben und das ist mir auch erst in den letzten zehn Jahren klar geworden, als ich mich damit näher befasst habe, dass alles, was wir heute griechische Mythologie nennen, das ist die Beschreibung dieser kolonialistischen Einwanderung von den Leuten, die da einwandern, die die Männer umbringen, die da sind, die die Frauen vergewaltigen, die eine neue Population schaffen und was machen die Griechen Werdenden? Die machen einen ungeheuernd Dreh. Der ist in der Tat genial. Sie erzählen diese eigene Einwanderungs- und Vergewaltigungsgeschichte als Göttergeschichte. Es sind nicht sie, die die Frauen vergewaltigen, sondern Zeus beschläft diese Königstochter, Poseidon diese Königstochter und da kommen die ganzen griechischen Heronen raus, aus Vergewaltigungen von Königstöchtern durch Götter. Das ist die griechische Mythologie. Ein Vergewaltigungstext von vorne bis hinten. Heute nach wie vor wahnsinnig beliebt in Theaterzusammenhängen, auch bei Feministinnen leider, die es immer noch nicht kapiert haben, mit der er läuft zum, ja, zum Kolonisator über, Jason und hilft ihm zum goldenen Vlies, so wie Pocahontas und die Bände von mir heißen Pocahontas im Obertitel, macht das mit, angeblich mit John Smith, rettet ihm das Leben, schenkt ihm sozusagen Amerika und Malinche in Mexiko mit Cortes. Ich habe diese ganzen Frauenfiguren auf der Ebene da behandelt und es geht immer um diesen Akt. Es kommt der Einwanderer, der Kolonist, der raubt, die vergewaltigt, die führt seine Herrschaft, trittet seine Herrschaft auf und die Trennung dabei in Männer und Frauen, die nimmt nicht etwa ab, die nimmt zu im Lauf der Geschichte von diesen 10.000 vor bis heute. Um 1000 rum, wo die Griechen das Mittelmeer mit Schiffen erobern, Seefahrt, nicht erst die christliche, auch die griechische geht ohne Frauen. Auf dem 50-Mann-Ruderer sind keine Frauen. Das ganze Mittelmeer wird unterworfen von seefahrenden Männern, schlicht Piraten. Und um 1500 hat sich das so weiterentwickelt, über viele technologische Fortschritte. Die christliche Seefahrt geht natürlich auch ohne Frauen. Die Kolonisten, die auf Schiffen, gibt es nicht, außer mal eine Prostituierte, die mitfährt, nicht mal eine Köchin. Auch der Koch muss ein Mann sein. Und was tun sie? Also die indianischen Texte, die es heute gibt, sagen, ja, es gibt schöne Erzählungen, was die Weißen, die Engländer alles gemacht haben mit Indianerinnen. Aber Tatsache ist, jede Indianerin, die in die Hand von weißem Vieh wurde, vergewaltigt. In Pocahontas auch. Ihr bitte eine Ehe angedreht und ein Kind und so weiter. Diese Einzelheiten übergehen wir mal. Aber dieser ganze Kolonialismus und der entscheidende Schritt dazu ist das Anlegen von Weltkarten, nachdem die Erde mal als Grund und so weiter erkannt ist, basiert ja auf der Erfindung ab 1300, 1400 der mathematischen Linearperspektive, die eine Folge von Alphabet, Geometrisierung und all diesen Sachen ist. Die Perspektive sagt ja nichts anderes als ich gucke von einem bestimmten Punkt aus so und so in die Welt, ob in meiner eigenen Umgebung oder über die Kontinente oder in dem Haus, das ich zeichne, dann bin ich der Mittelpunkt der Welt. Die Zentralperspektive löst den Gedanken Gott komplett auf. Zumindest die Wahrnehmung, die die Mystiker noch probiert haben. Das gibt es nicht mehr. Gott ist mathematisiert von da und ein Koordinatensystem und warum es weitergemacht wird, das hat Herrschaftsgründe, aber die wirklich agierenden oder sich entwickelnden Leute glauben das selber nicht. Die Engländer und Spanier glauben den religiösen Quatsch, den sie den Roten erzählen, selber überhaupt nicht. Aber sie führen ihnen das vor als Überlegenheit des eigenen Gottes, dass sie Werfen haben, dass sie Pferde haben, dass sie alles Mögliche haben und alles das. Und daraus resultiert dieses, was du vorhin umrissen hast, dieses männliche Subjekt. diese Konstruktion des Subjekts, die wir heute haben, ist eine Konstruktion der Renaissance und ist natürlich ganz klar der weiße Mann. Nobody else. Und das ist meiner Meinung nach der Fehler der Philosophien, die wir von da haben bis heute, weil sie alle auf diesem Subjekt basieren. Es gibt einfach das Subjekt und dann wird gedacht, dass es da Geschlechtsdifferenzen gibt, dass es alle möglichen Klassendifferenzen gibt, das taucht immerhin bei Marx dann auf. Bei den anderen ja fast überall bis heute nicht. Also die Philosophie redet durchweg von einer Menschenkonstruktion, Stichwort Fragmentkörper, ich sage heute Segmentkörper, das geht weiter, taucht da nicht auf, sondern es ist diese Konstruktion des Subjekts, die die Griechen entwerfen, die in der Renaissance weitergeht und die bis heute die Philosophien verdirbt. Ja, Wahnsinn. Und extrem soldatisch ist, extrem kriegerisch. Und um ein bisschen in die heutige Zeit zu kommen, also zu verstehen, dass dieses Soldatische, also wir leben ja jetzt in so Gesellschaften, wo wir denken, das ist ja gar nicht mehr wichtig, das Soldatische, vor allem in Deutschland. Die Grenzen sind ja sozusagen sicher, aber zu verstehen, dass eben dieser weiße Bürger, dieser weiße Mann, entstanden ist, in der Zeit der Kolonialisierung, in der Zeit des Patriarchals, in der Zeit der Nation, sehr wichtig. Also der nationale Mann ist auch der soldatische Mann, das muss man verstehen. Nation ist auch eine Erfindung von Männern für Männer. Frauen waren ja ganz lange nicht stimmberechtigt in der Nation, wurden als StaatsbürgerInnen ja überhaupt nicht mitgedacht. und deswegen gibt es so viel feministische Kritik auf die Nation. Sie sollten reproduzieren und die Nation schützen und stützen, weil schützen haben sie die Männer. Und es gibt keine Nation ohne Militär. Das heißt, in unserem Staatswesen und das Militär ist natürlich bis vor kurzem erst weiblich geworden. Das war natürlich eine männliche Institution. Unser Staatswesen ist tief durchdrungen von dieser soldatischen Männlichkeit. Und deswegen würde ich sagen, es gibt gar keine neutrale Männlichkeit. Wir können gleich nochmal über andere alternative Männlichkeiten sprechen, außer diese soldatische. Das ist sozusagen die Basis, auf der wir stehen. Und die ist halt eben auch eine gewalttätige Männlichkeit. Und diese Gewalt gegenüber Frauen und ich möchte jetzt ein bisschen auf die Jetztzeit kommen, ist ja auch nicht eben irgendeine Sonderform, sondern ist eben auch etwas, was sehr lange legitimiert war, nach wie vor auch legitimiert ist, man muss sich ja reinziehen, dass die Vergewaltigung in der Ehe seit 1997 Straftatbestand ist, seit 1997. Bis dahin war Gewalt in der Ehe quasi kein Problem. Ein natürlicher Zustand, weil das eben mit dieser natürlichen Männlichkeit zusammengehangen ist. Du sagst in einem Buch, zuschlagen ist kein Problem. Zuschlagen ist kein Verbrechen. Weil das ist Teil von dieser Art von binären Geschlechterbildern. Oder zum Beispiel das Sexualstrafrecht 2016 verschärft. No means no ist jetzt seit 2016 natürlich nach Köln, nach den Kölner Ereignissen eher rassistisch motiviert, verschärft worden, dass man nicht beweisen muss, dass man irgendwie körperliche Anstrengungen gemacht hat, um den Vergewaltiger von sich zu werfen. Alles das sind Einhegungen der natürlichen Legitimation von patriarchaler Gewalt. Und ich finde es wichtig, das zu verstehen, weil man damit versteht, wie politisch das ist. Also sozusagen, wir haben Gewalt gegen Frauen sehr lange privatisiert. Deswegen gibt es die Bewegungen der Femizide. Ihr habt alle gesehen in Chile oder auch in Argentinien, all diese Bewegungen, die reden von Frauenmord. Und warum reden sie von Frauenmord? Weil sie versuchen, das zu politisieren. Weil sie sagen, Frauen wurden umgebracht, weil sie Frauen sind. Nicht irgendwelche, sondern auf der Grundlage von Frauenhass, von Frauenentwertung, auf dieser patriarchalen Grundlage. Und das heißt, Femizide, also über Femizide zu sprechen, ist klar zu machen, dass das politische Morde sind. und nicht einfach nur so, meine Hand ist ausgerutscht. Ja. Ja, ich finde es wichtig dabei zu unterstreichen, dass das nicht jetzt irgendwie eine ideologische Konstruktionen sind. Dass man sagt, man wirft diesen Männern das und das vor und so und so und so war das immer die Seite der Gewalt. Dass, man kann es wirklich genau zeigen, im Einzelnen und in der Entstehung. In Männerfantasien gibt es ein großes Kapitel, das ist überschrieben mit Nation. Ein zweites unterschrieben mit Kultur. Da habe ich einfach die Äußerungen dieser Leute zusammengesammelt, wie die über, denn sie beschreiben Deutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg als Land, das bedroht ist vom Bolschewismus. Das ist Internationalismus, das ist Verbrechen. Wir verteidigen die Nation gegen diese und wenn man jetzt zusammensammelt, was schreiben die denn, was die Nation ist? Da habe ich lauter Sachen gefunden, über die ich auch nur staunen konnte, die ich vorher nicht wusste. Da steht immer, der entscheidende Anteil in der Nation ist die Männlichkeit. Dann wird sie definiert als meistens in Richtung soldatisch, in irgendeiner Form wird Unterordnung verlangt, die Nation ist hierarchisch, der Gedanke, dass eine Nation demokratisch sein könne, taucht überhaupt nicht auf im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. bei diesen Männern. Das ist vollkommen ausgeschlossen und nach einer Weile sitzt man da und sagt, jetzt habe ich hier 25 Äußerungen von denen und die laufen alle in die Richtung, die Nation ist männlich. Nicht nur mit Stimmrecht, sondern die ganze Konstruktion ist männlich, oben und unten, 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 Frauen, Kinder, Fremde, andersfarbige, unten ist auch das Proletariat. Das Proletariat kann auch nicht Teil der Nation sein, außer es geht friedlich zur Arbeit und liefert die Arbeit ab und nimmt seinen Lohn und hält die Klappe. Dann erfüllt es seine Aufgaben in der Nation als dienend, wenn es was anderes will und das ist ja nach 1919 der Fall, dass es den Anspruch auf sozialistische Republiken, Räterepubliken gibt. Das ist für diesen Typ dann auch tatsächlich körperlich so empfunden, die Welt wird auf den Kopf gestellt, alles gilt nicht mehr, alles zählt nicht, der Boden unter den Füßen weggezogen und so beschreiben die die und leiten daraus, um auf deine erste Äußerung zurückzukommen, Notwehr ab, wir müssen uns dagegen wehren. Dieser Typ ist immer in Notwehr, behauptet immer, dass was die natürliche Ordnung sei und da ist eher diese Männlichkeit oben und dominant, alles was das in Frage stellt, ist unnatürlich. Kennen wir von heute aus rechten Gruppen natürlich ähnlich, ganz vieles davon kennen wir aus heutigen rechten Gruppen ähnlich, Riesenunterschied, sie werden nicht mehr im Militär dahin gedrillt, können wir vielleicht noch darüber reden, wie sie dahin kommen, aber das sind vollkommen, also ich, in diesem Buch, da ist so gut wie nichts erfunden, alles was ich da ableite, ergibt sich aus Häufung von diesen Materialien, aus deren Schriften, wie das dann weiter ausgeführt, bei den Nazis auftaucht. Ich habe auch in dem Buch so gut wie nichts aus Hitler benutzt, weil Hitler erscheint, wenn man das gelesen hat, wie eine Zusammenfassung all dieser Typen und all dieser Züge, was da auftaucht. Ich habe an einer Stelle gesagt, das klingt alles, als wäre das alles vom selben Autor, obwohl ich da über hunderte von Leuten schreibe, die das in dieser Weise entwickelt hatten, nicht nur im Freikorps, sondern in dieser Sorte militärisch rechtem Denken in der Weimarer Republik und dann bei den Nazis und für die selbstverständlich Natur, also Nation, nichts mit Frauen und Kultur etwas abgeschwächt, das Gleiche. Kultur ist der hochstehende Mann, der sagt, wo es längst geht und das andere hat sich auch unterzuordnen oder zählt nicht oder es ist bedrohlich und was bedrohlich ist, muss beseitigt werden, Notwehr. Die Ableitung von Gewalt ist immer berechtigt, wir dürfen da draufhauen und ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, ist, wie denn Weiblichkeit ganz besonders da ins Spiel kommt, wenn sie nämlich die Arbeiter, die ihnen gegenüberstehen, bei Demonstrationen oder Streiks oder so, immer beschreiben unter diesen merkwürdigen Begriffen von Schleim, Schlamm, rote Flut, der Schleim stand uns schon bis zur Unterlippe, denke ich, was ist das denn, da stehen Arbeiter in ihren Blaumännern und das soll Schleim und Sumpf und Brei sein, was soll das? Bis mir irgendwann klar wurde, das stand in, hier stand ihnen der Schleim und Brei, das ist ihr Inneres, das hochkommt, ihre Angst, der Fragmentkörper ist angefüllt mit Ängsten und mit einem diffusen Innern, weil er die Differenzierung in Beziehungen etc., die man braucht, um ein strukturiertes Innenleben zu haben, nicht hat. Das ist ein Wirrwarr aus Zugespitzt, Blut und Scheiße und dieser Wirrwarr wird identifiziert mit Weiblichkeit. Daher kommen diese ganzen Beschreibungen von Weiblichkeit als flüssig, Unterleib als Sumpf, Bewohnen von allen möglichen Tieren, das ist eine direkte, eben nicht nur Projektion, sondern kehren des eigenen Innern nach außen, deswegen lieben sie es so, wenn sie Frauenkörper zerfetzen und das beschreiben mit Bayonetten drin rumwühlen und aufatmen. Nicht in mir ist Blut und Scheiße, sondern Blut und Kot liegt da und sie sagen das auch, das taucht direkt in der Beschreibung auf von zerstörten Frauenkörpern. Flüssigkeit auflösend. Ja, Mann ist fest, ist Grenze, ist Stein, ist Felsen, ist Adler im Luftrevier, ist Löwe, etc., etc., diese ganzen Figuren, diese ganze Herrschaftsgeschichte und das Auflösende davon und da machen sie eine Spaltung in Frauen. Es gibt natürlich auch Frauen, die auf ihrer Seite sind oder die sie mögen, also die weiße Krankenschwester, die die Soldaten heilt, die Mutter, die ihre Söhne gerne in den Krieg schickt, die Eisenmutter, das ich dann die weiße Frau nenne, während die andere die erotische Frau und dazu zählen dann ganz schnell die Jüdin, die Zigeunerin, Arbeitkommunistin, etc., sind körperauflösend. Das einzige Antidot, wirklich, wenn man das liest, ist Moniquiti, Le Corle Lesbian. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, lesbische Autorin und das ist ein ganzes Buch, was eben total viel Körperlichkeit beschreibt und eben extrem viel Schleim und extrem viel Schlamm und extrem viel Körperflüssigkeiten und ich habe leider das Zitat nicht mit, wo quasi das alles ja, kumulativ mobilisiert wird, um einen anderen Frauenkörper zu beschreiben, also sozusagen sehr affirmativ mit diesem ganzen Schleim und dem Schlamm und dem Ohrenschmalz und dem Schweiß und dem Sabber und so weiter umgeht. Ja, ich musste das lesen als Antidot, weil ich tatsächlich durch die Lektüre Albträume gekriegt habe von so Maskulinisten und Gewalttätern und so weiter. Ich habe sogar vom blutigen Brei geträumt. Das war schrecklich. Vom blutigen Brei. Ja, es war schrecklich und da war Wittig sozusagen, ja, es war furchtbar. Also, ich habe wirklich von dem Zeug geträumt und da war Wittig sozusagen das einzige Antidot. Ich würde gerne anknüpfen mit dem, was du diese Notwehr genannt hast, Notwehr-Abwehr. Weil ich gerne auf den Antifeminismus von heute zu reden kommen wollen würde, bevor wir mit dem Publikum auch sprechen. Denn, was sehr ähnlich ist, du hast es schon gesagt, also, sowohl die Rhetorik als auch, ja, die Struktur der Argumentation ist sehr ähnlich mit den antifeministischen Argumentationen. Antifeministische Argumentationen, vor allem frauenfeindliche Argumentationen, Argumentationen, die gegen alles ist, was gegen diese binäre Geschlechterordnung ist, tatsächlich dann auch trans-, inter- und homofeindliche Argumentationen und da geht es die ganze Zeit um Abwehr. Abwehr vor der Gefahr der Zerstörung von Kleinfamilie, Keimzelle der Nation, von Geschlechtern, also, die Geschlechter werden gleichgemacht, Gleichschaltung von Geschlechtern, Abwehr der Frühsexualisierung der Kinder, wenn man quasi in den, also, das Kind wird total viel eben instrumentalisiert für diese ganzen antifeministischen rechten Argumentationen und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass eben dieser Antifeminismus sehr viel mit rechter Ideologie zu tun hat. Also, wir neigen ja auch dazu, oder es gibt interessanterweise und das habe ich von einem sehr tollen Buch, den ich jetzt gleichzeitig hier mitgelesen habe, Frauenrechte und Frauenhass vom Autorinnenkollektiv fe.in kurzes Buch über Antifeminismus heute und die sind sehr gut da drin, sehr viele Fälle von rechten Gewalttätern zu erwähnen, die Frauen umgebracht haben, entweder in Amok laufen oder mal hier zwei, mal dort zwei, die, wenn sie in Beziehungen mit diesen Frauen in den Medien, wurde der so als gescheiterter Flirtversuch oder Familiendrama oder eben als eben Totschlag von Frau, aber interessanterweise wird eben die rechte Gewalt und die Gewalt gegen Frauen sehr selten zusammengedacht. Also, dass sozusagen Gewalt gegen Frauen Bestandteil rechter Ideologie ist und auch deswegen, also wie ich vorhin gesagt habe, politisiert werden muss. Also das, was du in dem Buch gemacht hast, zu beweisen, warum diese Freikorps als diese Art von Körper, diese Art von Nation, diese Art von Staat, diese Art von Rassismus, aber auch eben Antifeminismus gemacht haben und das ist Teil dieses ganzen Konstruktes ist und ich habe jetzt seit paar Jahren argumentiere ich immer, neben dem Rassismus ist Antifeminismus eine zentrale Säule der rechtspopulistischen Ideologie und auch der AfD, aber hat er eigentlich immer noch nicht verstanden, dass eben auch die Statistiken, also wenn du die Statistiken von rechter Gewalt anguckst, also Nazis, die Leute umbringen und dann Gewalt gegen Frauen, das wird ganz selten irgendwie in Zusammenhang gebracht. Auch weil interessanterweise es nicht die Begriffe dafür gibt, also es gibt die polizeiliche Definition von politisch motivierter Kriminalität, diese politisch motivierte Kriminalität wird auch definiert, also Gewalttaten gegen verschiedene Art von Personen, also wegen ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, etc., Herkunft, auch sexuelle Orientierung, gesellschaftlichen Status und Behinderung, aber dass in dieser politisch motivierten Kriminalität auch Frauenhass dazugehören könnte, kommt nicht auf. Also es taucht polizeilich nicht in unseren Definitionen auf, dass Frauenhass, was ich ja gesagt, also so was ich, was wir verstehen müssen als Teil von rechter Ideologie, auch ein Tatmotiv sein könnte. und die Autorinnen von dem Buch, Eike Sanders, Anna O'Berg und Judith Götz fordern, dass Misoginie eben als Teil extrem rechter Ideologie und eben als Tatmotiv anerkannt und angeführt werden. Und ich habe eben dieses Buch zusammen damit gelesen und ich habe, ich hatte das Gefühl, beide gleichzeitig besser verstanden. Also ich habe sozusagen durch dein Buch zu verstehen, wie Teil das für Ideologie ist, diese Forderung so gut verstanden, dass wir verstehen müssen, dass Frauenhass halt eben ein Nazi-Ding ist und dass wir auch, was ich auch total krass finde, Antifeminismus nach wie vor nicht ausreichend als politisches Phänomen wahrgenommen haben, sondern eben auf eine Art auch als irgendwie natürliches Phänomen. Ja, Frauenhass ist bestimmt ein Motiv, aber für Richter natürlich keins. Es gibt viele ähnliche Dinge, wo Sachen, die eigentlich evident sind, nicht benannt werden, als wären sie nicht existent. Und na gut, einmal ist klar, erhält bestimmte Hierarchien aufrecht. Man kommt an den Punkt, warum ist Frauenfeindlichkeit politische Rechts? Glaube ich, einmal darüber ran, wenn man diese den Frauen oder bestimmten Frauen zugeschriebene Kraft der Körperauflösung ernst nimmt und die kann man ernst nehmen. Bestimmte Sorte geprügelter oder gedrillter Männer, die keine Ahnung haben, wie man mit dem Frauenkörper umgeht, was ein Frauenkörper ist, dass besonders die erotische Frau in ihnen Angst auslöst, ist ja nachvollziehbar. Genau wie Angst vor Fremden nachvollziehbar ist, wenn man keine Ahnung hat, wie Fremde sind und man sie nicht wirklich kennt. Die Angst verschwindet ja immer erst bei Berührung, bei Kennenlernen, bei Näher auf einander eingehen und wissen, wer der andere ist. Das ist einmal nicht da. Aber das Zweite ist, und das ist, glaube ich, noch ausschlaggebender für jetzt die Gerechte, dass sie erstrickt wollen, also eine der Zentralsätze der AfD ist ja, Demokratie brauchen wir nicht, wir brauchen eine andere Sorte Gesellschaft. Ob sie Führer sagen oder sonst wie, ist relativ egal, aber sie wollen eine strukturierte, von oben nach oben hierarchische. Und alles, was von Frauenforderungen ausgeht und Frauenansprüchen, geht in Richtung Gleichheit. Und genau das hält diese Körperlichkeit nicht aus. Die sind Körperlichkeit Antidemokraten, weil sie den Zustand gleich sein mit anderen, womöglich sogar mit Frauen, nicht aushalten. Das ist nicht nur undenkbar, das ist annehmbar. für die, selbst wenn sie ein paar Frauen in der Spitze haben, die anders funktionieren, meistens in Familien angeschlossen sind oder so, es sind aber auch nicht viele, die Dominanz da und die Bestimmung ist klar männlich. Und in dieser Bestimmung der Hierarchie in der Welt gehören Frauen nach unten und hierarchisches Denken ist politisch rechts, versteht sich und Gleichheitsdenken geht eher in Richtung politisch links, auch wenn es linke Gruppen gegeben hat, die ähnlich funktioniert haben oder wie Stalinismus. Ist ja auch eine Geschichte, wo die Männerdominanz sich durchsetzt von oben nach unten und gut, deswegen muss man auch nicht unbedingt nach links und rechts politisch unterscheiden, sondern eben anders, nach Gleichheit. Welche Politik geht auf Gleichheit aus und welche nicht, ganz gleich, wie die sich nennt. Und die, die auf Gleichheit geht, schließt Frauen ein, schließt Kinder ein und schließt Fremde ein, schließt eine Offenheit ein oder öffnet sich eine Offenheit, man muss erst mal die Anerkennung des, der anderen Figur, also schließt dieses Nachwort, das neue Nachwort, ja ab mit dem Satz, das reicht nicht, wenn in der Präambel das Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, es sollte mindestens heißen die Haut, die, das Eindringen in die Haut des Anderen, das ist die Grenze, mit einem schönen Satz des Lyrikers, Rolf Dieter Brinkmann, den ich dazu immer im Kopf habe, der irgendwann mal zu den Verhältnissen oder Menschen gesagt hat, das Beste ist eine Distanz von 1,10 Meter zu suchen. Das heißt, wer die unterschreitet, muss eingeladen sein, sonst 1,10 Meter. Die Unantastbarkeit der Haut, das ist nicht im, wenn meine Frau sagt, das reicht nicht, das Innere kann auch verletzt werden, wo ich darauf antworte, ja, aber eine Messbarkeit für die Verletzbarkeit von Gefühlen gibt es nicht, das ist völlig individuell, du, irgendwer kann sich verletzt fühlen durch das, was ich sage und dann kann man dem erstmal nicht widersprechen, aber die Unverletzlichkeit der Haut kann man gewährleisten, das ist ein konkreter Akt und das ist im rechten Denken nicht vorgesehen, sondern genau diese Hierarchierung und wer sich daran nicht hält, darf mit Gewalt nicht nur ausgeschlossen werden, sondern im Zweifelsfall vernichtet. Das ist ein weiterer Punkt, der dieses Rechte eben nicht nur Denken, sondern Körpergefühl kennzeichnet. Sie nehmen für sich das Recht in Anspruch, das, was sie stört, auf der Welt zu eliminieren. Also das, was bestimmte Theoretiker sagen, zum Rechtsradikalismus gehört, dieses Gefühl, ich darf eliminieren, wie Breivik das hat oder andere, das ist richtig, das ist ein wichtiger Punkt. Ihr müsst weg, das muss weg. Wenn die AfD jetzt sagt, die Fremden müssen weg, muss man das, soll man das wahrnehmen als Todesandrohung, denn wir wissen, dass Leute, wenn sie die Macht haben, das durchzuführen, das tatsächlich tun. Ihr hörtet einen Mitschnitt eines Gesprächs mit Klaus Teweleit über dessen Buch Männerfantasien. Die Aufnahme stammt vom 3. Dezember 2019. Das Gespräch in der Berliner Volksbühne wurde von Margarita Zomu geführt, Radio Korax hat die damalige Veranstaltung aufgenommen. Das Buch Männerfantasien von Klaus Teweleit ist als Neuauflage 2019 im Verlag Mattes und Sides erschienen. Dies war eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Diese und weitere Ausgaben findet ihr zum Nachhören auf dem Blog wutpilger.org. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Wutpilger Streifzüge Dann sind wir für den